Heute ist vor dem Liede, es ist der Jagd der Kreuz. Komm, wir singen Liede und gehen von Haus zu Haus. Und das ist Apfelkossen. Ich habe es schon abgemacht. Backgroschig zu der Honnetaschen. Ich mache das da aus. Was ist es mehr? Gesund. Das ist gesinnter. Seht ihr es ein bisschen komisch? Was soll ich noch mit ihm? Jetzt soll jeder mit dem Aray zu schneiden, gibt es euch das Zitin. Machen wir gemäckig, ist nur Blut drauf. Ja, das ist halt. Du siehst ein bisschen? Ja, weil es ist ein bisschen zu dritt. Können wir micheln? Mit den Händen? Ja. Hier. Wir dürfen es machen sehr, sehr dünn. Helfen. Machen wir. Machen wir das? Ja, was sind denn noch nicht? Ach, ich will. Was ist Poverdler? Nein. Ja, ich will Poverdler. Oh, das ist dein Lied. Das ist dein Lied. Ja, ich kann es auch gerne. Aber es ist einfach noch ein bisschen. Machen. 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 Machen.